So, okay. Verstecken wir das wieder. Okay. Ich weiß nicht, ob die uns gut wohlgesungen sind. Ja, sind sie. Okay. Haha. Wow. Gibt es hier noch... Wow. Okay. Schnell raus hier. Raus. Wow. Okay. Ähm. Wo sind die Gegner? Okay. Wir haben eine Taktik. Die nicht aufgeht. Okay, alles klar, Leute. Ich geh mal vor. Wow. Alles klar. Dann machen wir jetzt die einfachste Taktik. So. 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 Ok, wir sind jetzt hier Wir sitzen hier fest Lass mich durch Du Arschloch Verdammt Das schaut echt niemals aus Ah ok, alles klar Alles klar, wir müssen vor Ja ok, ok Aufladen, aufladen Solange er uns nicht kennt Kann er nichts machen Ah, da regnet es nur so So C4 Das war die schlauste, die mir eingefallen ist Die man hätte nehmen können Toll Wieso auch Alles klar Alles klar So Die C4 Taktik müssen wir schlauer machen Das da hinten schaut gut aus Das schaut gut aus Das schaut gut aus Und Alles klar Alles klar Jetzt haben wir ihn aber wüten Jetzt müssen wir schauen, dass wir bloß schnell hier in Sicherheit kommen Ok Taktik Nummer 1 hat funktioniert Hm Also wir haben ihn auf jeden Fall mal einen guten Schaden hier gemacht Hier bin ich Hier Hier Da hast du dich noch her zu kommen Ja ok, ok, ich zieh mich schon zurück So Er weiß nicht wo ich bin Das hoffe ich zumindest Weil Sonst wäre dieser Anzug echt sinnlos Äh Ja Woah Scheiße Verdammt, die Energie ist niedrig Ok Ok Also er hat ein Gegenmittel für diesen Anzug Das wissen wir jetzt Jetzt sollten wir bloß schauen, dass wir vielleicht Hier irgendwie rüber kommen Yeah Respekt Ja Ah Und Ja Ah Ja Das ist die Wir sehen, wir könnten sie jetzt in der Central Station brauchen. Und somit Boah. Somit haben wir wieder ein bisschen Leben gerettet. Und werden lief. Stehen da nicht mit den Schwänzen in der Hand rum, Leute. 15 Minuten. Dann finden wir raus, wer das Geräusch macht und treten ihn in den Arsch. Ja. Neue Musik. Hier ist Colonel Barkley an alle Teams der Marines im primären und sekundären Einsatzgebiet. Ich will einen kontrollierten Rückzug zum Bahnhof und unterwegs sammeln. Unser Ziel ist die Evakuierung aller Zivilisten und Verletzten. Und wir halten den Bahnhof so lange, bis das erledigt ist. Sie haben höchstens eine Stunde, um hierher zurückzukommen. Danach müssen Sie zu Fuß nach Hause. Tempo ist jetzt entscheidend, meine Herren. Wir verlassen die Stadt. So sieht's also aus. Wir verlassen die Stadt. Bin ich mal sehr gespannt, was da auf uns zukommt und ob das so klappt. Bin ich sehr gespannt. Oder so. Oder so. Colonel Barkley ist Charlie 7. Zugang von Westen nicht möglich. Sie sind mit der Bibliotheke der 15. und 15. 42. Wir haben hier Nutzen der von Sivilisten erwähnt, Feuerunterstützer um sie zum Bahnhof zu bringen. Verstanden, Charlie. Bravo, Kompetenz. Die Zeit ist oben, Mann. Battery out. An alle Einheiten. Hier ist Charlie 7. Rückzug zur Front der Bibliothek. Wir werden Stellung halten, bis wir die Zivilisten rausschaffen können. Scheiße, die sind überall. Über die Straße. Los, los. Okay. Wir sollen Zivilisten retten. Wow. Okay, okay. Alles klar. Alles klar. Wow. Okay, okay. Ja, der fliegt gerade ein bisschen schnell. Ich möchte keine Rakete verschwenden. Travi. Scheiße. Okay. Schaut nicht gut aus. Okay, nein. Nein, hier ist nichts. Hier ist nur ein Kontrollpunkt. Strafzettel halten. Ja, super. Oh, 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 oh. Alles klar, alles klar, alles klar. Hallo. Lass es mich mal. Lass es mich mal. Boah. Boah, der verdammte Scheiße. Was ist das für ein Viech? Alles klar. Er kann nur hoffen, dass... ...wir es überleben. Okay, alles klar. Ähm, ja. Ein bisschen unübersichtlich hier alles. Aber mit der Waffe, da... ...halten wir uns jetzt auch nicht mehr so auf. Das geht dann schon. Ich höre hier ein. So. Okay, der kommt auf mich zu. Der kommt auf mich zu. Das weiß ich ganz genau. Wo ist er? Wo ist er? Komm raus! Okay. Dann... ...nehmen wir wieder unsere normalen Waffen. Ah! Sie können uns nicht sehen. Sie können uns nicht sehen. Das war Zufall. Das war Zufall. Okay, dann müssen wir eben nachladen. So. Dann holen und Schar aufheben. Okay, okay, okay. Bloß jetzt nichts Falsches machen. Jetzt einfach warten, bis sich dir... ...die Gelegenheit ergibt. Scheiße. Egal. Dann heißt es wohl benutzen. Oh! Die haben es sogar jetzt zerstört. Okay, alles klar. Was sollen wir jetzt tun? Ja, dann müssen wir erst in diese Gegend gehen. Zurück. Ja, ich wollte mich einstucken. Ah, ich stehe schon wieder zu nah an dem Ding. Alles klar. Warum bewerft ihr mich mit Granaten? Seid ihr eigentlich des Wahnsinns? Ihr verletzt meine Gefühle. Komm! Los! Gut. So. Ich weiß, dass da hinten ein Gegner ist. Den habe ich jetzt schon gesehen. Ich weiß, dass da hinten ein Gegner ist. 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 Ich weiß, dass da hinten ist. Ich weiß, dass da hinten ist.